Hallo Leute, was geht ab? Heute gibt es einen Full Day of Eating von mir und zwar den sogenannten Cheat Day. Ich habe den schon lange nicht mehr gemacht. Ich beginne mit, wie hier zu sehen, den Oat Cookies. Das ist nicht mein Rezept, beziehungsweise das Rezept werde ich euch verlinken und zwar von dem YouTuber Eike Wiemken. Den könnt ihr euch gerne anschauen. Er macht auch richtig geile Videos. Guckt mal auf seinen Kanal rein und da hat er das Rezept zu den Cookies gemacht. Der einzige Unterschied ist, dass ich Cookies in Cream benutzt habe als Eiweißpulver, also für den Geschmack und ansonsten schmecken die ordentlich. Die Nährwertstoffe werde ich euch ganz am Ende auflisten, wie viel ich, ja, wovon eingenommen habe, von den Makronährstoffen. Und, ja, das ist die erste Mahlzeit. Die, ja, Out Cookies, die Haferflockenkekse. So, Leute, als Zwischensnack haue ich mir zwei Oreos Double Choc rein. Einmal zwischendurch und reine Milz. So, Leute, die nächste Mahlzeit ist eine Vielkäsepizza. Einmal fertig gemacht, fertig gewacken. Dazu nochmal zwei Oreos Double Choc und ein bisschen von der Soja Vanille. Ja, kennt ihr wahrscheinlich auch. Und, ja, das wird jetzt reingehauen. Ja, Leute, das ist meine letzte Mahlzeit. Ja, ganz schlecht Grillfleisch-Bute. Genauer gesagt, mit Light-Ketchup drüber. Ähm, ja, für die harte Variante hat es jetzt leider nicht gereicht. Und dann auch eine asiatische Pfanne, also Gemüse mit dabei. Und vorher gab es natürlich wieder Oreos. Oh, Oreos Double Choc. Und, ja, hinterher gibt es nochmal Clif Bar, ähm, Chocolate, Armentfee, ähm, oder wie auch immer das Zeug ausgefunden geht. Ähm, ja, mit Mandeln und Schokoladenstückchen. Und, nebenbei, ja, wieder die Sojamilch-Vanille. So, Leute, ähm, das könnt ihr auch mal an mich sehen. Ich möchte dazu noch etwas, ja, sagen. Also, hinterher gibt es gleich noch die Matronährstoffe, ne, und die Kalorienanzahl. Ähm, ihr werdet feststellen, dass es halt nicht so viele Kalorien sind. Ich hätte natürlich viel mehr reinholen können und so weiter und so fort. Aber, ähm, wie ihr das vielleicht von Cheat Days kennt. Und, ähm, aber bei mir ist es halt so, ich hatte jetzt etwa drei Mahlzeiten mit ein paar Snacks dazwischen. Ähm, ja, das waren drei Mahlzeiten. Also mit dieser hier ein paar Snacks dazwischen, ein, zwei Snacks. Und genauer gesagt war das nur ein Snack, also die Oreos dazwischen, die ich abgefilmt habe. Und mehr habe ich nicht gegessen. Ähm, ich esse halt immer so viel, ähm, ja, wie ich möchte. Vor allem in der Diät, bis ich satt bin, das war's. Ich höre da auf meinen Körper auf jeden Fall. Und mäste mich nicht den ganzen Tag voll mit Kalorien bis zum Gehtnichtmehr. Ja, weil, ähm, Leute, im Endeffekt müsst ihr euch, ähm, gut fühlen. Und ich habe das bei so vielen Cheat Days gesehen. Die hauen sich da 10.000 Kalorien rein. Und, 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 ohne Ende hauen die sich das Zeug rein. Fühlen sich dann am Ende scheiße. Vor allem auch die Tage danach, weil die sich so vollgefressen haben. Ja, und, ähm, Leute, wo ist der Sinn dahinter? Ne, ihr wollt geiles Zeug essen, was euch richtig schmeckt und fühlt euch im Endeffekt scheiße. Das ist genauso, als ob ich, ähm, jetzt zum Chinesen gehe und sage, ja, du kannst jetzt Oliokinit machen. Du fühlst dich da vorkacke, aber hinterher fühlst du dich noch beschissener, weil du dich so vollgefressen hast, dass du einfach kotzen könntest. Und das ist, ähm, was ich, ja, sehr ungern mache, denn ich möchte, ja, den Tag genießen und mich am Ende einfach wohlfühlen. Und, ähm, deswegen esse ich und haue ich da nicht so viel rein. Natürlich ungesund, aber es könnte auch noch schlimmer sein können. Und, ähm, deswegen, ja, für mich ist es normalerweise immer so ein, ähm, Refeed-Day, sag ich mal. Ähm, da lade ich wieder meine Carbs sozusagen auf, weil ja ich in der Diät bin. Und, ähm, wie gesagt, da hole ich mir einfach sehr viele Kohlenhydrate wieder rein. Und jetzt, ähm, ja, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht mehr so viel rein. Das ist noch nicht komplett durchgerechnet, das werde ich gleich, wie gesagt, am Ende des Videos nochmal einblenden mit den Makronährstoffen. Da, ähm, ich weiß nicht, ähm, wie viel ich jetzt sozusagen wieder aufgeladen habe. Vielleicht, ähm, plus von 1000 Kalorien. Also, ob ich 3000 Kalorien überhaupt erreicht habe, weiß ich nicht. Normalerweise esse ich so 1000, 700, 800 Kalorien. Und, ähm, schauen wir mal. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Und, ähm, gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Sowas habe ich noch nie gemacht. Also, so einen richtigen, krassen Cheat-Day, sag ich mal. Also, für mich jetzt, für meine Verhältnisse. Und, ähm, ja. Wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, gebt mir ein Like, schreibt in die Kommentare, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, sag ich, Peace! Outro 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 Outro